Glück auf Schatz aus dem Schacht, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute die Auflösung vom Gewinnspiel. Ich muss euch sagen, extremer Krampf, weil man das das erste Mal gemacht hat und er sich erstmal irgendwie alles zurechtlegen muss und so weiter. Ziemlich gewinnungsbedürftig, ich habe es jetzt aber noch zwei Stunden endlich hinbekommen, alles so aufzubauen, dass ich das Ganze auch für euch aufnehmen kann. Deshalb einfach seht, dass das nicht gestellt ist, sondern dass ich das einfach mit bestem Gewissen gemacht habe und dass ein Zufallsgenerator jetzt gleich die Gewinne auslosen wird. Ich habe das Ganze schon mal aufgemacht, also ich möchte mich erstmal bedanken für die ganzen Leute, die mitgemacht haben, die geteilt haben und so weiter. Echt korrekt von euch und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch weiterhin aktiv bleibt. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal, wie ihr schon sehen könnt, die ganzen Leute, die mitgemacht haben, hier eingetragen. Und das ist die Facebook-Verlosung und das ist die YouTube-Verlosung. Ich habe jetzt hier einen Zufallsgenerator, einfach einen aus dem Internet gesucht, also nichts Besonderes. Ich kann auch ein Stück Größe machen. So schön einheitlich, ne? Und ja, ich werde jetzt einfach hier die Zahl eingeben, bis wo es gehen soll und dann werde ich mir einfach eine Zufallszahl generieren. Wir haben hier bei Facebook 38 Leute, die ich mir rausgesucht habe, wo alle soweit gepasst haben, die mitgemacht haben. Jetzt gebe ich hier mal einen 38. Das ist jetzt nur ein Test, also wir werden jetzt einfach mal ein paar Zahlen generieren, dass ihr seht, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Ihr seht, ich habe überhaupt keinen Einfluss und ich werde jetzt die 5 Gewinner auslosen für die 5 Beta-Keys, die wir hier haben. Also ich zähle lieber nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. So, da fangen wir jetzt einfach mal direkt geschmeidig an. Und zwar, der erste Gewinner ist Nummer 17. Nummer 17 ist John Kevin Pattern. Viel Spaß mit dem Beta-K, mich einfach anschreiben bei privaten Nachrichten. Du hast bis zum 19. Frühzeit und ja, bis dahin einfach melden, ansonsten werde ich dir niemand anders weitergeben. Warte mal, das fällt mir noch rot markieren, dass man es gut sieht. Also, John Kevin Pattern. 17, passt. So, der nächste Gewinner ist Nummer 9. Stefan Hinkel, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Einfach bei Privatnachricht bei mir melden, immer bei Facebook bitte. So, der nächste. Ja, 38, das stimmt auch. Nochmal zur Sicherheit generieren. 32. 32 ist Michael Helwig. Auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Oh, haben wir schon 3, jetzt fehlen noch 2. Der vierte Gewinner ist Nummer... 36. Ähm, 36 ist Patrick Eder, auch an dich, herzlichen Glückwunsch. Ähm, so, und der fünfte Gewinner ist... Da-da-da-dam, da-dam, 26. Nils Laar. Also, ich hoffe, ich habe die Namen richtig abgeschrieben. Meine Freundin hat auch nochmal mit drüber geschaut, das sollte eigentlich passen. Also, hier haben wir die fünf Gewinner, Stefan Hiege, John Kevin Partan, Nils Laar, Michael Helwig und Patrick Eder. So, das Ganze soll man direkt mal speichern. So, jetzt kommen wir zur Verlosung von den BO3 T-Shirts. Das Ganze hat ja auf YouTube stattgefunden. Hier haben wir ein paar mehr Leute mitgemacht, um genau zu sein. Es sind 58, die sich dafür beworben haben. Wenn wir uns laden mal die 58 ein, jetzt kommt erst wieder ein Test. Bam, 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 bam. So. Gehen wir mal Zufallszahl 1 ein. Na gut, das ist ja schlecht für den ersten Gewinner. Gut, so. Machen wir einfach mal weiter oben. So, der erste Gewinner vom BO3 T-Shirt ist Nummer... War es 58? Ich bin total verwirrt, Leute. Ähm, ja, 58 waren es, saugeil. So, der erste Gewinner ist Nummero 11. Nummero 11 ist Crysas. Ähm, auch bitte bei Facebook melden. Natürlich kann das auch bis zum 19. oder 20. sein. Das ist kein Thema, weil das T-Shirt schicke ich dann halt einfach zeitnah raus. Herzlichen Glückwunsch an dich. Du hast ein BO3 T-Shirt gewonnen. Der zweite Gewinner ist Nummero 48. Ähm, 48, 48, 48, 48, 48 haben wir hier. Ist V5 Sion. Herzlichen Glückwunsch. Dich kenne ich auch schon ewig. Ähm, ja, super, dass du mitgemacht hast. Auch noch gewonnen. Wie gesagt, ich habe es nicht bestimmt. Das war der Generator. Okay. Ähm, der nächste... 48 war da richtig, oder? Ey, Leute, ich bin total verwirrt, ja. So, der nächste ist 55. Das ist Gewinner Nummer 3. Ähm, 55 haben wir hier. Und zwar ist das Kinyei YouTube. Herzlichen Glückwunsch zu einem BO3 T-Shirt. So, das war Nummero 3. Jetzt kommt Nummero 4. Nummero 4 ist Nummer 18. Und das ist Sondergun Soms. Was? Soms. Also, ich nenne dich einfach mal Julian. Herzlichen Glückwunsch mit deinem Black Ops 3 T-Shirt. So, wen haben wir dann noch? Eins, zwei, drei, vier. Gut, einen haben wir noch. Da-dum, da-dum, da-dum. Und der fünfte Gewinner ist... Die Nummer 22. Und das ist... Julian Wernicke. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der letzte Gewinner eines Black Ops 3 T-Shirts. Ich werde unten in der Beschreibung jetzt gleich nochmal alle Namen reinschreiben. Ich werde es auch nochmal auf Facebook posten. Kurz nochmal zusammengefasst. Stefan Hinkel, John Kevin Pater, Nils La, Michael Hellwisch und Patrick Ederhamen. Black Ops 3 Beta Key gewonnen. Und Grises, Sondergun Soms, AK Julian, Julian Wernicke und V5 Sion sowie Kinje YouTube haben ein Black Ops 3 T-Shirt gewonnen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich möchte mich nochmal bedanken, dass er so fleißig mitgemacht hat. War eine echte korrekte Sache. Und ja, das soll es mit diesem Video auch schon sein. Wie gesagt, wenn irgendein Fehler passiert ist, was ich nicht glaube, ich habe es fünfmal geprüft. Ihr habt es ja live jetzt mitgesehen. Live direkt aufgenommen. Verzeiht mir, es war mein erstes Mal. Aber ich denke, war vorher für alle. Ihr habt es gesehen nochmal. Und ja, mit diesen Worten will ich mich dann auch verabschieden. Ich würde sagen, Leute, bleibt geschmeidig. Schill, lockere, vlogge ich von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Ops 3 T-Shirt. Bis zum nächsten Video.